Die Frage ist, wie generiert man Code für Talentjobs? Was bedeutet das? Also zunächst möchte ich damit sagen, dass ich also eine Java erzeuge, einen Java Archive und entsprechende Skripte dazu, um einen Talentjob auch ohne Talent, ohne das Studio ausführbar zu machen. Hier sehen wir schon auf dem Bildjob Dialog und das Ganze möchte ich dir jetzt mal mit einem Beispiel zeigen. Ich nehme diesen Templatejob, der hat ja nur eine Messagebox aber das ist für den Fall brauchbar. Im echten Leben würde ich das natürlich nicht machen. Ich wähle jetzt hier im Kontextmenü Bild in Job. Schau dann mal, wohin ich den schreibe. Das Verzeichnis passt. Auch die sonstigen Einstellungen hier passen. Ich wähle als Stand Context in Dev aus. Es sind natürlich trotzdem immer alle Kontexte dabei und ich könnte jetzt, wenn ich es noch als Hilfe brauche, mir diesen Jobtree hier links anzeigen lassen. Ich klicke aber wieder auf Halt in Jobtree, weil ich den nicht brauche. Und klicke dann auf Finish. Da wird Talent jetzt im Hintergrund, wie eben schon gesagt, das Jar Archiv erzeugen. Können wir uns jetzt mal anzeigen, was hier drin gelandet ist. Wir werden also das erstmal entzippen. Und jetzt können wir uns nochmal den Inhalt von diesem Ordner anschauen. Jetzt haben wir nämlich diesen Unterordner, der genauso heißt wie unser Job. In den wechsle ich jetzt mal hinein, weil da die relevanten Sachen drinnen liegen. Ja, also wir sehen hier zum Beispiel ein Template-Job-Run-SH. Und wenn wir es uns genau anschauen, sehen wir, in Linux, auch von der Linux-Box bin ich hier, ist es standardmäßig noch nicht ausführbar. Also muss ich hier nochmal sagen, ich möchte das ändern, dass das Shell-Skript auch ausführbar ist. Und jetzt schauen wir uns die Inhalte von dem Ordner nochmal an. Da steht jetzt auch ein X zusätzlich. Kann also jetzt mit dieser Syntax hier den Job zur Ausführung bringen. Der ruft im Endeffekt dieses rote Ding hier auf, außer das, was bei mir rot angezeigt wird in dieses Jar. Also es ist im Prinzip ein Java-Job mit noch ein paar Parametern dazu. Und wenn ich das mal ausführe, taucht hier die Message-Box auf, die wir schon aus Talent kennen. Genau, und das ist die Antwort zu der Frage, wie man ausführbaren Java-Code für einen Talent-Job generiert.